Grüezi miteinander! Die CVP setzt sich für Sie ein. Für was setzt sie sich ein? Für etwas, das Sie jeden Monat zahlen müssen. Nicht nur für sich allein, sondern für die ganze Familie. Und das ist fängig geworden. Ich rede hier von der Krankenkassenprämie. Am 5. Oktober, am Samstag, da stehen wir wieder vor dem ZO und sammeln Unterschriften für unsere CVP-Kostenbremse. Den beauftragen der Bundesrat, um mit allen Akteuren zusammenzusitzen. Wenn Sie unsere Initiativen unterschreiben, dann helfen Sie mit, dass wir endlich die Prämien in den Griff bekommen. Wir danken Ihnen vielmals, wenn Sie am Samstag, 5. Oktober zu uns kommen, zusammen mit unseren Spitzenkandidaten für den Nationalrat, unseren Yvonne Bürgin, Remo Vogel, dann Philipp Kutter und unser Juniorstar, Fabio Wüst von Gossau. Schön, wenn Sie kommen. Danke vielmals! Was ist das? Ich gehe jetzt auf der Alte. Ich gehe jetzt auf der Alte. Du hast die Alte. Ich gehe jetzt auf der Alte.